hi leute schön dass ihr wieder eingeschaltet habt wir zocken heute experiment gone rogue und ja das ist jetzt hier nicht die vollversion sondern die demo den link zur demo werde ich auf jeden fall mal unten in die beschreibung packen dann könnt ihr euch das game auch mal selber anschauen sieht so erstmal ganz cool aus die gespielte weitsicht dass man die ganze stadt jetzt hier sieht nicht schlecht gemacht ja gehen wir mal hier ach so free locomotion gibt es gibt teleport ich habe eben mal hier auch free locomotion geschaltet weil ich es einfach lieber habe da geht es schon ab können wir uns was aussuchen okay okay was haben wir denn hier alles okay das ist eine schrotflinte das normales sturmgewehr scheinbar ja cool aber wenn man die teile die teile spawnen immer auf dem rücken okay gut zu wissen also man kann die fallen lassen und dann sind die wieder da schauen wir mal was hier passiert ja nicht mit tupac anlegen ende nie gut lecker ich bin ich bin verfressen alle mann zeigt alles rein was steht da call elevator alle war schon da hels pick ups da haben wir schon gegessen oder können wir uns die aufbewahren irgendwo ich bin ja reingebackt weiter geht's was ist das ich bin mir besser als ich rotflinte aber wir können die die ja immer wieder uns holen die schrotflinte von daher erstmal egal voll elevator brauchen wir nicht ganz wichtig snap turn gibt es das war die lebensanzeige scheinbar oder ist die lebensanzeige alles sehr dunkel gehalten das ist eine kletterpassage das ist bestimmt nicht gesund schauen wir mal ob wir da rum kommen da geht es da hoch schauen wir mal was da oben ist nein 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 okay was ist hier sind das jetzt bessere waffen dann tauschen wir direkt alles aus naja so okay jetzt greifen wir mal nach hinten okay wir haben jetzt die roten scheinbar so ein bisschen verstecktes upgrade würde ich sagen das hat sich gerade angewittert ob da irgendwas auf mich zuläuft okay jetzt wieder runter und dann müssen wir wahrscheinlich da rüber so na komm schon nicht loslassen okay dann funktioniert echt gut relativ easy was bist du denn hier kann man kann man nicht kaputt schießen ich bin nein okay ohne seilwinde jetzt auch jeder geliebter als kleines kind kommt da unten noch irgendwas ist naja ok Okay, dann werden wir mal die Zeilwinde jetzt ausprobieren. Wuhuuu! Push! Push the button, let me know! Oder so ähnlich. Dir passiert da jetzt irgendwas, oder? Mal gucken, was da jetzt auf uns wartet. Sharkies! Also Sharkies sieht aus wie eine Bar. Wir gehen mal hin. Hallo! Baby, Baby! Kann man nicht anfassen, nein? Ich weiß ja gar nicht, wo ich jetzt hinschauen soll, Leute! Das war's schon? Haben die mich jetzt einfach rausgeschmissen? Und wir gehen nochmal hin. Die haben mich rausgeschmissen! Ihr Schweine! Okay, man muss die Vollversion haben. Damit man das nochmal erleben kann. Dann schauen wir mal, ob die Demo noch weiter geht. War aber schon mal ein netter Vorgeschmack. Oh, da sind ein paar Gegner. Cool. Jetzt geht's... Jetzt geht's rund hier. Oben, Junge! Und? Ha! Nicht mit mir. Kann man da hoch? Komm, wir checken das erstmal aus. Ob's hier irgendwo reingeht. Nee, okay. Ja, man sieht natürlich, das ist kein Triple-A-Game. Aber... trotzdem echt nett gemacht. Köpfe rollen. Was will man mehr? Ach, da ist wieder so ein... Da müssen wir da ran, hier. Ha! So, und ich glaub, wir können auch mit der Faust campen. Das probieren wir jetzt auch mal aus. Weil der Kollege, der will's ja unbedingt wissen. Komm, krieg's ne Schelle. Ha, ha, ha! Ja, komm! Der schießt ja mehr rund! Ich kann's nicht sehen, weil die Entfernung zu weit ist, aber... Oh, mir kriegt das auch nochmal ne Schelle. Oh, jetzt wird's aber... Jetzt brauchen wir die Schrotflinte hier. Hinter uns? Ja. Da sind Donuts! Okay, wir haben auf jeden Fall... Energie eingebüßt. Dann kriegst du jetzt auch nochmal. Wow! Und wo kann das? Irgendeiner schießt hier noch. Wir müssen jetzt erstmal unser Leben jetzt wiederholen. Also ich muss sagen, für ne Demo schon echt recht lang. Ist auch nicht selbstverständlich. Da ist der Kollege, oder? Der hat eben geschossen. Mist, Sack. Okay, volle Energie. Weiter geht's. Okay. Komm, komm, komm! Keine Probleme. So, wir wollen rein. Kann natürlich sein, dass das jetzt schon das Ende ist, der Demo. Müssen wir jetzt mal abwarten. Ja Leute, das war Experiment Gone Rogue, die Demo. Also ich bin echt gespannt auf die Vollversion. Vielleicht werde ich euch die auch noch vorführen können. Wird natürlich cool. Dann können wir ein bisschen mehr in den Dance-Schuppen abhängen. Ja Leute, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei dem Gameplay hier. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo natürlich sowieso. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.